Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Feinem Podcast Episode 144. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, ich komme gerade aus einer Woche, die überwiegend aus Freizeit bestand. Hat den Hintergrund, dass mein Vater dieses Wochenende 70 geworden ist und wir haben ihm zum Geburtstag geschenkt einen Aufenthalt in einem Ferienhaus, dem alten Kanalhof in Offenbüttel. Das ist direkt am Nord-Ostsee-Kanal und man sitzt wirklich im Wohnzimmer und guckt raus und in 50 Meter Entfernung ist gleich der Nord-Ostsee-Kanal. Da steht er drauf. Meine Eltern sind riesen Kanal-Fans, gucken sich total gerne Schiffe an, die da vorbeifahren. Und da haben wir gesagt, das ist eine super Sache für die. Da fahren wir hin und da waren wir dann alle Mann für vier Tage jetzt da in diesem Haus und es war richtig schön. Also alter Kanalhof kann ich nur empfehlen als Ferienhaus, gerade wenn man mit mehreren ist. Es gibt da vier Schlafzimmer, zwei Bäder. Das ganze Ding ist komplett barrierefrei. Okay, nicht komplett, aber man hat auf jeden Fall breite Türen, Rampen vor und hinter dem Haus. Das einzige, wo es keinen direkten Zugang für einen Rollstuhl gibt, ist zum Kanal. Das sind ja solche Erhaltungswege, wo man gut spazieren gehen kann. Das sind so Plattenwege. Ich bin unsicher, wie gut man da mit dem Rollstuhl längs käme, aber im Haus selber top. Das eine Badezimmer, da ist sogar an der Toilette so ein Bügel. Die Duschen sind riesengroß, barrierefrei, also wirklich ebenerdig. Das eine Waschbecken kann man, das ist so speziell für Rollifahrer gemacht und da kann man auch mit so einem Hebel den Neigungswinkel vom Spiegel verstellen. Also das ist wirklich sehr durchdacht und ich glaube, selbst wenn wir jetzt jemanden dabei gehabt hätten, der einen Rollstuhl hat, dann wären wir da auch glücklich gewesen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, die Woche haben wir eigentlich so gut wie gar nichts gemacht. Wir waren nur in dem Haus, sind bestenfalls mal zum Einkaufen gefahren, haben reihum gekocht, abends schön was getrunken und zusammengesessen und uns Quatsch erzählt und uns unterhalten und haben einfach ein bisschen Familienzeit gemacht und das war richtig gut. So richtig gearbeitet habe ich diese Woche an drei Tagen. Am Montag und am Dienstag war ich mit dem Ü-Wagen unterwegs. Dienstag war ziemlich cool, da war ich auf dem Verkehrsübungsplatz in der Nähe von Kiel, weil wir eine Programmaktion hatten. Schleswig-Holstein fährt fair und da wollten wir auf die Gefahren von Alkohol am Steuer hinweisen. Deswegen habe ich eine Promille-Brille aufbekommen und saß in einem Fahrschulwagen und bin mit diesem Ding über den Parcours gefahren, beziehungsweise zwei Runden gedreht oder streng genommen zweieinhalb. Also einmal komplett ohne diese Brille, um mal zu gucken, was passiert da eigentlich, was gibt es da auf diesem Parcours, was kann ich da machen. Dann mit einer Brille, die 0,8 Promille simuliert und dann nochmal zwei Übungen, die mit der verschärften Variante, habe ich dann gefahren, 1,3 Promille. Und mein lieber Scholli, das war schon beeindruckend. Also das Problem an diesen Rauschbrillen ist halt, dass sie wirklich nur das Sichtfeld einschränken. Du hast also keine motorischen Ausfallerscheinungen. Du hast die Konzentrationsschwäche ist natürlich nicht da. Die Hemmschwelle sinkt nicht und sowas. Also es ist nur eine Simulation. Und natürlich, also ich würde jetzt mal, ich glaube nicht, dass mein Sichtfeld so aussieht, wenn ich 0,8 Promille habe. Das ist eben auch eine der Gefahren, sagten die Präventionsleute da. Wenn man das mit Schülern macht, dann denken die, okay, wenn ich 0,8 Promille habe, dann sieht das optisch so aus. Und wenn das nicht so aussieht, dann kann ich ja noch keine 0,8 haben, dann kann ich auch noch weiter trinken. Das ist natürlich beileibe nicht so. Und das ist ein Problem, das die halt in der Arbeit einfach haben. Aber ich muss sagen, das sensorische, also diese Einschränkung des Sichtfeldes hat bei mir zumindest bewirkt, dass ich auch vorsichtiger gefahren bin. Und auch mich so stark aufs Gucken konzentrieren musste, dass ich zum Teil gar nicht gemerkt habe oder zum Teil gar keine Aufmerksamkeit mehr für das Auto übrig war. Also bei der zweiten Prüfung habe ich so irgendwann gedacht, ja, okay, jetzt habe ich, glaube ich, gerade eine von diesen Hindernisstangen erwischt. Und der Fahrlehrer sagte so, nee, wir bewegen uns übrigens gar nicht. Und das kam mir wahnsinnig echt so vor, als würden wir halt da durchfahren und auch nicht eben langsam. Naja, gut, wieder was gelernt. Ja, und am Freitag war ich in Wacken bei den Wacken Winter Nights. Das ist ja so ein Mittelalterfest mit mit lauter Musik sozusagen. Das ist ja die Macher vom Wacken Open Air und jemand, der sowieso schon mit denen zusammenarbeitet. Und auf dem Festival, das den Mittelalterbereich gestaltet, die haben sich also überlegt, Mensch, lass uns doch nochmal was Neues machen. Und sie haben dann im Winter also da so einen Markt aufgebaut mit Buten und Spielständen und Läden und Gedöns und drei Bühnen und so weiter und so fort. Und haben dann da ein ziemlich, muss ich sagen, ziemlich cooles Programm eigentlich auf die Beine gestellt. Fand ich zumindest, mochte ich gerne. Ich sollte einen Stimmungsbericht dazu machen und so habe ich mich dann also am Freitag für zwei, drei Stunden da ein bisschen rumgedrückt und es ist richtig nett. Also wenn man auf diesem Mittelalterkram steht, dann, das ist schon ganz gut. Da habe ich dann kurz, zumindest ein paar Minuten mal bei der Band Fersengold reingehört. Die hatte ich zumindest vom Namen her schon mal auf dem Zettel, aber waren mir nicht so richtig im Begriff, aber die haben richtig Spaß gemacht. Also da hätte ich auch noch länger bleiben können, wenn ich denn die Zeit gehabt hätte. Denn eigentlich sollte der Beitrag bis 22 Uhr fertig sein, damit der Redakteur vom Dienst den noch abnehmen kann. Das hat jetzt nicht ganz geklappt. Ja, ist halt manchmal geht es eben nicht ganz so schnell, wie man möchte. Und dann musste er halt so laufen. Und ich habe jetzt noch kein Feedback dazu bekommen, also kann es nicht so wahnsinnig schlecht gewesen sein, was ich da fabriziert habe. Ja, war ein Mordspaß. Vielleicht mache ich da nächstes Jahr dann auch ein bisschen mehr zu. Vielmehr möchte ich eigentlich gar nicht mehr erzählen. Nur noch zwei Empfehlungen. Wir haben, was heißt Empfehlungen? Ich möchte das nochmal aufnehmen. Ich habe ja über Jerks gesprochen, eine Serie mit Christian Ulm. Die haben wir bei Maxtorum gesehen und haben uns jetzt da die letzten oder die neuesten drei Folgen angeguckt. Also zwei, drei und vier. Und die ganze Serie basiert ja so ein bisschen auf diesem Fremdscham-Konzept. Das so ein bisschen, ich sage mal, Pastefka für Erwachsene, hat das mal jemand genannt. Und gerade bei Folge drei, puh, also da muss ich sagen, da habe ich mich doch sehr, sehr fremd geschämt. Das war, also, nee, da, nee, wer dazu neigt, sollte diese Folge einfach nicht gucken. Weil das, also es geht da irgendwie um, Ulmens Freundin macht einen Masturbationskurs und trifft dort auf seine Ex-Frau, gespielt von Colleen Fernandes, die halt im echten Leben mit ihm verheiratet ist. Und dann geht das also irgendwie, es gibt da ganz viele verschiedene Gelegenheiten, wo man, ja, wo man so daneben sitzt und denkt so, oh Gott, halt doch einfach die Klappe. Geh doch einfach weg, mach es doch einfach nicht. Und das ging nicht nur mir so, es ging auch meiner Frau so, die da überhaupt gar nicht anfällig ist eigentlich, für Fremdscham. Und wir waren uns da beide einig, dass das eine ganz besonders schlimme und schwierige Folge ist. Aber nichtsdestotrotz sehr unterhaltsam. Also wir haben auch gelacht, aus verschiedenen Gründen. Und dann ist uns noch eine Geschichte aufgefallen, uns aus den Empfehlungen dann, als wir fertig waren. Und da spielt jemand, ach, wie heißt denn der Typ wieder, Fatih, irgendwie, keine Ahnung, türkischer Schauspieler, türkischstämmiger Schauspieler. Und der hat einen Film gemacht, eine, ja, so ein bisschen wie Culture Clash ähnlich. Also er spielt eben einen der ersten türkischen Gastarbeiter. Er ist der eine Million und erste türkische Gastarbeiter, der in den 60er Jahren nach Deutschland kommt und hier dann Arbeit findet und seine Familie später nachholt und, 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 und. Und das ist wirklich ein, ein ganz niedlicher Film und der hat vor allem zwei, zwei wunderbare Ebenen, nämlich der Film fängt in der Gegenwart an und so Opa erzählt so ein bisschen oder beziehungsweise Opa ist halt der, um den es geht. Aber er ist halt schon alt, er ist halt schon der Opa, der Patriarch auch der Familie, die sich da natürlich jetzt so in, 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 in Deutschland so reingefummelt hat, ne. Also er und seine Frau sind so leidlich integriert, die Kinder schon ein bisschen besser und die Enkel, naja, da sind, die sind fast deutscher als die man, die meisten Deutschen, die man in dem Film sieht. Ähm, und er will aber versuchen irgendwie die Familie zusammenzuhalten und machen sie irgendwie einen Urlaub in seinem Heimatdorf, wo er ein Haus gekauft hat und so und so. Das ist also die Story und der, der ganz Kleine, der ist jetzt irgendwie in der Grundschule und der weiß nicht so richtig, ist er jetzt Türke, ist er Deutscher, was ist denn jetzt los? Und seine Eltern sind eben auch, also der, ähm, einer der, der Enkel von, von ihm da, wie heißt der denn in dem Film? Hüseyin, genau. Im Film heißt der Opa Hüseyin und, ähm, der Enkel ist mit einer Deutschen verheiratet, die Gabi heißt und die beiden haben gemeinsam ein Kind. Äh, und die beiden, äh, also sie ist fast ein bisschen türkischer als ihr Mann und das ist also sehr verwirrend, aber, ähm, der Kleine möchte also wissen, was er ist, ist er Türke, ist er Deutscher und möchte mehr über die Familiengeschichte erfahren. Und deswegen erzählt dann eben seine Cousine, ähm, so wie Opa nach Deutschland gekommen ist und wie das alles kam und die rückblenden. Da spielt dann eben Fatih, äh, den, den Hüseyin und, äh, ja, so wird also die, einerseits eben dieser, dieser Familienroadtrip in die Türkei erzählt und andererseits halt, äh, ja, in den Rückblenden der, der, der Umzug nach Deutschland und wie sich das alles so entwickelt hat. Fand ich total schön zu sehen, richtig schön gedrehter Film, schöne, schönes Drehbuch und hat einfach an Mordspaß gemacht, ähm, den zu gucken, ähm, weil es halt auch nicht so, es ist halt so ein bisschen, so ein feinerer Humor, nicht so Schenkelklopfen mäßig und vor allem nicht so fremdschämend wie bei Jerks. Das vielleicht als Empfehlung. Ja, die nächste Woche ist, äh, bei mir neben der Arbeit auch noch vollgestopft mit Podcastsachen, ähm, morgen kommen, kommen zwei Pakete von, von Tomann an, weil ich hier in meinem Studio ein bisschen, ein bisschen aufrüsten will, das habe ich ja schon mal erzählt, ich hab da ein bisschen was, ähm, ein bisschen was vor, das wird sich jetzt, das sind mehr so Hintergrundgeschichten, ne, also ich hab dann irgendwie mal Lautsprecher, ähm, für die, für die Postproduktion und muss hier nicht immer mit dem Kopfhörer sitzen, ähm, ich hab ein anderes Audiointerface bestellt und Mikrofone und so ein Tüdelüt, das merkt wahrscheinlich am Ende niemand, ähm, und wenn es gut läuft, dann trägt das dazu bei, dass ich dann vielleicht die, ähm, dass ich diese Studio-Link-Technik ein bisschen besser, ähm, benutzen kann, wenn es um die Podcasts geht, mit denen ich nicht immer live zusammensitze. Aber, äh, ich werde nebenbei eben auch noch ganz viel produzieren, denn am Montag ist Termin fürs nächste Nord-Süd-Gefälle, am Dienstag nehmen wir die, veröffentlichen wir die nächste Folge von What's in Japan und nehmen die übernächste auf und am Samstag ist High-Alarm-Tag, da hoffe ich natürlich noch, dass der Verleih auch wirklich mitspielt, denn die haben uns zugesagt, dass wir ein Rezensionsexemplar bekommen, wir dürfen nämlich über einen Film sprechen, der erst vier Tage nach unserem Podcast erscheinen wird. In Deutschland, da sind wir schon ein bisschen aufgeröscht und wenn es gut läuft, dann ist der Film tatsächlich schon bis zum 18. da, bis zum Samstag, wenn wir dann auch tatsächlich die Aufnahme starten. Da bin ich sehr gespannt und damit entlasse ich euch in dieser Woche. Das war's ganz kurz, ganz knapp und ich danke für Zuhören, für Aufmerksamkeit schenken und für alles andere, für das ihr bedankt werden müsst, nee, für das euch gedankt werden muss. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, spätestens. Tschüss. 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 Tschüss.